So, damit kommen wir wieder zu unserem monatlichen Spielen für die PSN Membership für den Monat Mai. Erschienen sind sie schon gestern, den 2.5, wie ihr unten rechts sehen könnt. Heute haben wir den 3.5. für euch veröffentlicht zum angucken, wenn ihr es schon seht, am Freitag, also in zwei Tagen. Den 5. Mai. Und wir haben diesmal folgende Sachen. In Rot, da zeigt er mir nur die. Für alle. Genau. Da zeigt er mir jetzt alle an. Und zwar, Type Rider für PS4, PS Vita, Ajax 7,99 und sonst wie gesagt. Für die PS3 Blood Knight, Ajax 9,99, Preis fällt weg. Für die PS4 und die PS4 der Laser Disco Defenders, Ajax 9,99, für Free. Für die PS4 Alienation, Ajax 9,99, für Free. Und nochmal für die PS4 Tales from the Borderlands, der Season Pass, 1999, für Free. Da brauchen wir uns natürlich erstmal alle in den Einkaufswagen anzeigen. Ein Großwagen anzeigen. Regulär müssten für alles hier 87,94 zahlen. Wir werden aber 87,94 zahlen abgezogen, sodass wir auf den Gesamtpreis kommen von 0 Euro. Denn natürlich klicken wir hier jetzt einmal weiter zur Kasse. Dann bestellen und bezahlen. Und dann wählt man einfach nur das aus, was hier steht. Und dann wird's gemacht. Und dann seid ihr durch. Dann habt ihr sie in eurer sogenannten Downloadliste. Wenn ihr sie jetzt noch nicht runterladen tut. Ihr könnt sie zu einem späteren Zeitpunkt runterladen. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zugucken. Und sie sehen uns dann wieder in 4 Wochen bei dem nächsten Video. chau.